Hallo und herzlich willkommen hier im Schuhanzieher. Wir sind der Kinderschuhladen in der Kölner Südstadt. Wir sind ja jetzt schon seit 2009 hier und haben in den letzten Jahren einiges an Erfahrung gesammelt. Viele Eltern fragen uns zum Beispiel, soll der erste Schuh einen Schnürsenkel haben oder lieber einen Klettverschluss? Soll er flexibel sein oder fest, genügend Halt haben? Die Vermessung der richtigen Größe, überhaupt die Größe, wie ermittelt man die oder ja wann ist überhaupt der Zeitpunkt für so einen richtigen Schuh? Ein Riesenthema hier bei uns ist auf jeden Fall das große Trendthema Barfußschuhe. Ja was ist das denn überhaupt? Viele fragen uns, steigen wir Barfuß rein oder mit Socken oder warum heißt es denn überhaupt Barfußschuhe? In unserem Job ist ein gutes Augenmaß gefragt, denn jedes Kind hat unterschiedliche Füße und da ist es besonders wichtig auf die Passformen zu achten. Es gibt ganz breite Kinderfüße mit hohem Spann, es gibt besonders schmale Füße mit flachem Spann und schmalen Fersen und da ist es auch wichtig auf bestimmte Marken zu setzen und sich vorher den Fuß ganz genau anzuschauen. All diese Dinge sind für uns wichtig und für euch und eure Kinder den optimalen Schuh finden zu können. All diese Fragen beantworten wir euch demnächst hier. Wer hätte das gedacht? Das war unser allererster YouTube Clip, also uns hat super Spaß gemacht. Wenn es euch auch gefallen hat und ihr interessiert seid an den Themen, dann lasst uns doch ein Like da oder besser noch abonniert uns doch direkt.